Ja hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja mal nicht der deutsche Aktienindex, der heute im Mittelpunkt steht meinerseits, sondern die Siemens Energy Aktie. Ich habe mir vorgenommen, vielleicht auch die ein oder andere Aktie jetzt regelmäßig zu besprechen. Also wenn euch der Kanal gefällt, wenn euch das Format dann auch zukünftig gefällt und ihr das möchtet, dann bleibt einfach hier. Schaut einfach, dass ihr die Glocke aktiviert und entsprechend auch unseren Kanal abonniert. Würde mich auf alle Fälle freuen. Für den Start habe ich mir jetzt mal die Siemens Energy Aktie ausgesucht. Grund ist relativ simpel. Hier ist richtig was los. Die Aktie wird seit Tagen wirklich sehr, sehr aktiv gehandelt. Sie gehört zu den Basiswerten, die auf Tret geht. Da kann man das ja nachschauen. Wirklich jeden Tag fast an der Spitze stehen, was die Handelsfrequenzen angeht. Das heißt, hier ist richtig was los von privater Seite, wahrscheinlich aber auch von institutioneller Seite. Und natürlich ist das Ganze auch newsbedingt. Die Aktie hat ja in den letzten Wochen, Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Das Problem ist einfach die Windenergie-Sparte, die hier für echte Schwierigkeiten sorgt. Das hat sich dann auch im Kursverlauf niedergeschlagen. Die Aktie ist hier im Grunde massiv eingebrochen ab Sommer und hat dann den letzten Crash eben am 26.10. hingelegt. Da kam dann durch, dass man eventuell Garantien braucht für die Abwicklung der Aufträge, weil die eigenen Hausbanken nicht mehr bereit sind, diese Garantien zu übernehmen. Und das gefährdet natürlich dann auch den normalen Geschäftsbetrieb. Das hat natürlich am Markt auf alle Fälle für einen Drama gesorgt. Die Aktie ist hier deutlich eingebrochen bei zwischenzeitlich Kursen unterhalb von 6,50 Euro. Davon hat man sich aber sehr, sehr gut erholen können. Und ihr seht hier schon meine letzten Prognosepfeile. Die gehen jetzt ausgehend oder gehen davon aus, dass wir im Bereich von 10 Euro eventuell wieder Rücksetzer sehen. Bevor wir uns jetzt anschauen, was daraus geworden ist, beziehungsweise wie sich die Lage auch verändert hat, muss ich natürlich noch einzeln loswerden. Das Ganze ist wie immer keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Und natürlich ist das hier auch nur meine Meinung ganz, ganz wichtig. Also der Risikohinweis muss auf alle Fälle sein. Ja, warum besprechen wir die Aktie heute? Meine letzte Analyse ist ja noch gar nicht so lange her. Wir sind immer noch unterhalb von 10 Euro. Könnte man doch eigentlich weiterfallende Notierungen erwarten, auch in Richtung der bisherigen Tiefs. Meine letzte Analyse ging ja auch davon aus, dass wir eh so ein gewisses Tauziehen zwischen Bullen und Bären sehen, mit der Möglichkeit eben hier nochmal die Tiefs anzulaufen. 7,50 Euro, 7,60 Euro. Aber was hat sich verändert? Nun grundlegend jetzt gar nicht so viel. Aber gestern lief dann noch am späten Nachmittag die Nachricht über die Ticker, dass man sich mit den, ja zumindest aus vertrauten Kreisen, heißt es dann ja immer so schön, dass man sich mit dem Staat geeinigt hat und über die entsprechenden Garantien. Und das hat dann nochmal am Markt für einen ordentlichen Kursschub gesorgt. Wir haben einen Plus von 6,30% gesehen. Und damit sind wir zwar immer noch im Bereich der Widerstandszone bei 10 Euro, 10,25 Euro, 11 Euro. Das ist ja genau dieser alte Preisbereich, diese alten Tiefs, die jetzt quasi eine Widerstandszone darstellen können. Aber das ist natürlich schon wieder eine neue Nachrichtenlage. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Nach einem Sell-Off kann man sich auch mal merken, wenn man mal so ein sehr spekulatives, aber doch interessantes, antizyklisches Muster sucht. Ein Sell-Off ist immer eine ganz gute Ausgangsbasis, um dann ein, zwei, drei Tage danach auf eine Gegenbewegung zu spekulieren. Einfach weil mit dem Sell-Off viele Marktteilnehmer raus sind. Aber was ist, wenn ein Sell-Off eine Trendumkehr einleitet? Wie sieht das ganz gerne mal aus? Und das ist natürlich dann eine sehr spannende Geschichte. Wir müssen uns überlegen, in Siemens Energy Aktie sind News getriebene Kursverluste hier reingehaut. Oder die Kursverluste waren News getrieben. Mit einer, ich sag mal, emotionalen, panikartigen Übertreibung auch nach unten. Was, wenn jetzt, oder wie, aus welcher Konstellation heraus, kann hier eine entsprechende Umkehr im Grunde entstehen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens, dass man auf dem Weg nach unten so panisch und emotional war, dass man überhaupt nicht mehr die Bewertung im Auge hatte. Dass man massiv nach unten übertrieben hat. Und dann am tief feststellt, oh, oh, die Aktie ist viel zu günstig. Aber viel zu günstig. Und deswegen steigt der Kurs dann in Richtung 15, 16 Euro. Wir haben eine V-Umkehr. Der Markt rennt nach oben durch. Sieht man oft, hat man auch im Corona-Crash oft gesehen, dass genau das passiert ist. Aber das ist so die eine Basis. Die andere Basis, die dann eben auch zum Tragen kommen könnte. Also nicht eine massive Übertreibung zur einen Seite, bei trotzdem immer noch in Anführungsstrichen schlechter Ausgangslage. Also News-technischer Ausgangslage. Die zweite Sache wäre einfach, dass sich die News deutlich und sehr ruckartig verbessern. Und beide Sachen können natürlich in der Siemens Energy Aktie durchaus zum Tragen kommen. Zumindest spielt der Markt das. Und es gibt noch so einen dritten Aspekt, der dabei immer wieder eine Rolle spielt. Warum? Ganz einfach. Mit dem Sell-off sind natürlich viele, viele Marktteilnehmer herausgetrieben worden. All die Marktteilnehmer, die hier oben vielleicht gekauft haben, im Bereich von 12,15 Euro, 13 Euro, 15 Euro, die sind jetzt hier an den Tiefs ausgestiegen. Man sieht ja, wie groß das Volumen war. Und das ist natürlich jetzt so ein zweischneidiges Schwert. Die haben eventuell massive Verluste erzielt, sehen jetzt aber, dass die Kurse schon wieder viel höher stehen. Und da kann natürlich dann nochmal der nächste, ich sag mal, psychologische Effekt zum Tragen kommen, dass man jetzt eben auf der anderen Seite auch die Panik schiebt, dass der Kurs hier nach oben wieder durchstartet. Und dann ja aus Angst, etwas zu verpassen, einsteigt. Und diese Angst, etwas zu verpassen, nährt dann natürlich automatisch, das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung, nährt dann natürlich auch so eine Bewegung. Und da bin ich tatsächlich gespannt. Und deswegen auch Siemens Energy, weil ich möchte jetzt hier ein Szenario ansprechen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das hochgradig wahrscheinlich ist. Aber es ist ein Szenario, das man auf alle Fälle im Auge behalten sollte. Und wo wir die nächsten Tage auch schon ein bisschen Anschluss sehen könnten, was vielleicht auch nicht ganz so populär präsentiert wird. Und das ist diese, ich nenne es jetzt einfach mal V-Umkehr, diese relativ schnelle Umkehr. Wie sieht das aus? Zum einen werden wir dann potenziell kaum noch unter diese 8,75 Euro Marke zurückfallen, sondern werden hier versuchen, möglichst zügig weiter Druck zu machen. Und dann kann der Kurs auch in Richtung der 13 Euro Marke durchstarten und hier wirklich nach oben nochmal, ich sag mal richtig pushen. Wie dann der Verlauf mittelfristig ist, ob man dann hier oben konsolidiert, vielleicht doch noch ein zweites Standbein ausbaut. Das müsste man nochmal schauen. Aber das wäre so eine Entwicklung, die kann man momentan auch mit der Nachrichtenlage, mit der jüngsten Sell-Off-Geschichte und unter den genannten Bedingungen ein wenig im Auge haben und im Auge behalten. Warum ist das heute der Fall? Aber nicht schon vor 2, 3 Tagen, als ich meine letzte Analyse geschrieben habe. Ganz einfach, vor 2, 3 Tagen haben mir die letzten 2, 3 Tageskerzen gefehlt. Und da ist natürlich dann auch genau die Entscheidung, ich bin ja so oder so von einem Tauziehen hier ausgegangen, mit einer leicht bärischen Tendenz. Und die ist halt auch noch nicht vom Tisch, muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, wir sind hier mit einem sehr spekulativen Long-Szenario unterwegs. Aber wir haben halt gesehen, Moment mal, bärische Tageskerze Anfang der Woche, dann nur einen kleinen Konsolidierungstag, dann sofort wieder hoch und dann eben, ich sag mal, weiter im Takt, auch gestern wieder, diese bärische Tageskerze gekauft. Das sieht nicht hochgradig bärisch aus, muss man ganz klar sagen. Und das sind Informationen, die wir eben vorher nicht hatten. Ja, soweit jetzt so ein bisschen mal zur Aktie, zur Siemens Energy Aktie im aktuellen Umfeld. Auch eine sehr, sehr spekulative Idee, deswegen nochmal ganz wichtig, der Risikohinweis. Wer jetzt darauf setzt, ihr macht das auf eigenes Risiko. Es ist auf alle Fälle eine Idee, die ein ganz gutes CRV hat, die einen ganz guten Fahrplan hat, weil man gewisse Dynamik nach oben sehen will. Aber man muss natürlich auch sagen, dass jetzt hier nicht unbedingt von der Wahrscheinlichkeit von 60, 70, 80 Prozent gesprochen werden kann. Es ist eher so eine Geschichte, CRV ist ganz gut und wir wissen, wie der Kurs laufen sollte. Und wenn er das nicht macht, verfahren wir natürlich ganz klar nach, oder ich würde ganz klar nach dem Motto verfahren, okay, wenn er nicht das macht, was ich soll, dann lieber Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. In diesem Falle aber Verluste begrenzen, weil sie ja nicht das macht, was ich soll. Das ist so eine kleine Idee. Könnt ihr mir mal drunter schreiben, wie ihr das in der Siemens Energy Aktie seht, ob ihr das für möglich haltet. Nichtsdestotrotz, am Ende ist es natürlich immer eure Entscheidung. Bei eurer Entscheidung wünsche ich euch natürlich gutes Gelingen, drücke euch die Daumen. Und wie gesagt, wenn euch das ganze Format gefällt, lasst ruhig einen Daumen oben da, abonniert unseren Kanal und ansonsten hören wir uns dann nachher gleich wieder zum DAX am Mittag.